hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge vom spiel drake follow ja ich renne jetzt mal direkt weiter weil wir nicht wissen wie lange wir noch zeit haben das sieht irgendwie so aus ob der überfall bald kommt hier das ist schön hallo können auch nicht hollo soll ich ihnen etwas predigen mit dem hockey schläger oder warte da war noch was ballonschleuder doch nicht alles kommen wir da irgendwie drauf näher hier kommen wir mit kommen wir gucken abgrund hier hinten hier ist doch so einer geschützter später die ganze auch kaputt machen hier ne du musst du kaputt hauen und dann kannst du da einsammeln da okay das wusste ich nicht hier ist noch einer ohne das ist keiner schuldigung das sind aber nur die roten dann glaube ich die kaputt machen kann ja ja sie müssen uns hier nur was beeilen ich habe so das glaube ich habe so ein großer bus rum ist doch so ein spitter wird kommen mit warte mal scheiße da wo du hinläufst wo läufst du denn jetzt sind da da ist doch der eine die mal aufwecken müssen ach dem bus meinst du wo ist der jetzt zum aufwecken wo ist er zum aufwecken der brunnen der brunnen und das bett sind freigeschaltet ja ich habe irgendwie dosen zeugs mächtige schläge ich wollte nur ich wusste nicht ob du das jetzt nimmst oder nicht nimmst ja weil ich bin da will ich nicht noch näher rangehen glaube das ist irgendwie so bisschen seltsam hier ist noch was rotes die frage ob wir das kaputt machen können kommen wir dahin ne ist doch kacke und dafür brauche verbrauche ich jetzt aber nicht so ein ding aber die werden wichtig ja aber eins da kommt er von hinten angeschlichen und klaut mir alles ja wo gehen wir jetzt sind wir wissen ja wenn wir noch die zeit dazu haben also ja eine gerade aus und eine nach rechts müssten wir dann theoretisch ich weiß aber nicht kommst du denn mit denen die wir hast doch zurück kommen wir wieder zurück ja ja ich habe noch sieben stück die frage ist nur wann greifen die an das weiß keine sie selber nicht wahrscheinlich das holz noch weil wenn ich das jetzt verwende und der tag ist dann rum hier unten ist doch so ein ding rechts von dir ist auch noch was zum einsammeln eine toilette karottensamen geh du mal auf die toilette gib mir auch ein paar rechts ist noch ein boss ich brauche ein paar splitter ja aber dann müsste ein boss gehen warte den brauche ich nein der ist reingesprungen aua nimm den splitter oder die später nein ach man ey du kommst nirgendwo hin das ist doch scheiße aber das wäre wichtig der splitter ja den habe ich gerade auch bekommen hohe geschwindigkeit und große stärke nee das ist aber ein anderer angenehme erlebnisse im hollow also kurz kann man also keiner davon ist für die für die viecher dafür die ich dachte diese grünen sind dafür die ach so werben kollision springe ich jetzt nicht rein ja aber kein schaden das habe ich gesehen der war aus ich glaube wir haben ja alles oder wir müssen eigentlich hatte mal da hinten ist die treppe die treppe wieder runter und dann zu anderen insel rüber da waren wir ja schon hier ich suche gerade die seite ach hier ist die treppe glaube ich aber warte mal da unten haben wir diese ach so dass andere insel okay drüben wir auf der insel war wir vorhin müssen wir warten diese richtung wir müssten darüber da zu dem ja ja die haben wir auch noch die haben auch noch nicht entdeckt okay das können wir ja warte braucht ein platz und schlafen die beiden jahre der neuen oder der jahre oder sollen wir erst mal wieder zurück und den bett und zu bauen ich weiß aber nicht ob das bett bleibt das ist das problem ja dann probieren wir das kommen wir haben ja lagerstufe 2 gelassen zurück die richtung genau und die richtung ist das normale okay bist du bereit ja der ist auch bereit ich hatte einen kanister gedroppt da kommt noch einer gegen eine straße hoch haben wir wirklich alles geguckt weil ich ach so das ist das mit dem leuchtturm ja das mit dem gas haben wir eben gemacht noch so dann glaube ich wenn wir das jetzt mit dem auto aber ich denke nicht dass wir das noch mal machen können wir haben das auto war doch das auto war erledigt das hatte ich ja gedrückt okay ist bereit und ja achtung hier wird es was eng da ist auch noch einer hin da kommt noch ein typ noch mehr was holen die die holen sich der leber ja aber wir kriegen da bestimmt punkte für wenn man die töten deswegen ja nehme ich mal an das war glaubt nie warte mal da hinten ist eigentlich unser ziel ach so das war noch die andere insel ach so da kann es einfach so durchlaufen okay so bereit gut hier ist die garage das heißt wir müssen die richtung wir kommen ihr süßen wir kommen ja die betten sind glaube ich alle körper alle weg herrlichen weg warte doch mal warte mal so ziemlich ein richtiges bett bauen ja ich kann aber glaube ich nur entweder das bett bauen oder ich weiß nicht was das für eine unterhaltung also das von der unterhaltung oder was für die nahrung und gott trinkwasser brauchen wir eigentlich auch na gut da kriegen wir durch die päckchen weil ich habe jetzt nie warte mal ich habe vier warte mal dann entscheidet auf jeden fall das bett frei dann das trinkwasser dann für die nahrung das scheide auf jeden fall frei und was ist das das ist ein baum oder was kümmer bäume wieder anpflanzen anscheinend würde ich sagen anstatt die bäume mache ich dann die verbesserung für zum spielen ja die haben nichts mehr zu essen ich habe mal was reingetan die hatten nichts mehr zu essen hier und das mit den rotieren kriege ich irgendwie nicht hin ich weiß auch nicht nein warum steht der nicht man ich habe auf bett geklickt du idiot warum ist er jetzt umgesprungen auf die dinge naja wir können sie jetzt mal ausprobieren ich habe zwei betten jetzt und zwei von den teilen gebaut so habt ihr hier noch was zu spielen da ein yoga ball ist das okay guck dir das an überfallen acht minuten pass auf kannst du den brunnen aber nicht hier baust du den hier beim kessel irgendwo weil die habe ich so die ganzen sachen die wir brauchen ja ja ich stelle ihn dann hier daneben okay dann haben wir die sache mit dem bauer ein dorf hätten wir dann gleich erledigt wie drehst du das shift festhalten und das mausrad ach gedrückt halt ich wollte jetzt nicht drücken und guck dir mal mit dem yoga ball was macht der denn da kleiner was machst du mit dem brunnen der läuft hier immer noch in der gegend rum naja pass auf nicht dass du noch einen baust ich mach keinen guck mal die haben briefkästen an ihren betten dran was ist das denn ziffling und bullet auch für süß ja aber wir bräuchten ja nicht noch mehr betten oder so für die anderen oder ja aber wir müssen ja erstmal ausprobieren ob die dann wirklich auch fertig sind bleibst du mal stehen hallo ich will erst mit ihr reden der tollen rund ist auch abgeschlossen so jede dragora braucht einen platz zum schlafen brunnen bieten genügend wasser für ungefähr drei junge dragora yoga bälle haben genügend und genug unterhaltungswert um etwa drei junge dragora bei laune zu halten okay das wollte ich wissen aber wir brauchen noch ein bett soll ich noch ein bett bauen wenn ich eigentlich kann keins bauen warte doch erstmal ja ich warte wir wollen doch gucken ob die auch kaputt gehen weil sonst wäre es ja blödsinn die betten zu machen aber ich gehe mal davon aus wenn da schon die namen draufstehen dass die wahrscheinlich nicht kaputt gehen aber für eine nacht haben die ja jetzt erstmal was ja der spielt damit ja es ist nicht niedlich ich kann nicht mal reden er hat sich jetzt gerade wasser reingepfiffen hier du sollst dich nicht waschen also sollte ich schon waschen aber jetzt nicht so hatte mal die schlafen die beiden der da auch jetzt gehen die alle schlafen so ich habe wieder zwei mehr gemacht ist das ein schönes bild die gehen alle schlafen und wir werden gleich angegriffen also das ist vielleicht nicht so schön das bild aber mit dem angegriffen werden ich werde noch ein bisschen holz hier irgendwie in der zeit holen beziehungsweise zweige und so was war das denn bin ich im nachladen oder was guck mal man guck mal mich keine bewegung bist das weißt übrigens dass du die zweite waffe auf zwei jahr benutzt da kannst du ja waffen benutzen noch nicht nur du kannst hier mit der rechten aus genau hey zu nageln da ist irgendwas verkehrt ich muss ja auch mal nageln dürfen die großen lasse ich immer erst mal ich mache erst mal die kleinen obwohl die normalerweise auch nachspawnen müssten denke ich mal hatte mal wir könnten sind ja noch fünf minuten aber auch welche von hinten nehmen ich habe nur keinen stoff mehr ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr wo man die herkriegt ich denke mal also scharf gabe aber wir haben noch eine aufgabe wir sollen einen zum erwachsenen werden lassen dafür muss sie ihm kristalle geben ja die frage ist wie geben also du kannst es mal ausprobieren habe ich ja schon gemacht bei mir habe ich schon probiert doch doch also oder meinst du auf deinem spielstand hast du ach so wem soll ich denn geben wurde oder aber der schön ich habe alle stehen philippe und chaser vier minuten noch und ziffling ich weiß immer noch nicht wofür wir diese blöden rohrkolben hier brauchen hier aber stufe zwei haben wir schon mal erreicht ist doch schon mal eine schöne sache ich habe zwei kristalle kristalle bestätigen hat er den jetzt also der braucht noch für pubertät der brauchen noch mehr kristalle spiel davon diese malachie spieler von den grünen ich konnte ihm nur zwei geben aber wie gibst du die ihm ins menü du redest mit ihm und dann kann ich nicht alle geben warte warte ich habe es jetzt gemacht warte und ich gehe raus weil du kannst glaube ich da hier er braucht bis zur pubertät aber nichts mit kristalle geben rechts stärkung erhalten und er steht nichts dann hast du kann ich habe die grünen ja ich habe 8.000 jahre splitter jade monstein und florid habe ich dann ist es nicht das richtige hallo darf ich dich mal kurz stören ich gebe dir mal ein kristall ok dem kannst du eine geben oder wie ja da fehlen aber noch zwei oder drei andere ja ich glaube das sind verschiedene oder bist du dir sicher wenn tricore altern haben sie mehr gesundheit in ihre stärken stärkungen werden verbessert außerdem machst du damit fortschritte beim stufenaufstieg allerdings brauchen ältere tricore ja auch mehr futter wasser und unterhaltung ist sein lager dafür gerüstet das weiß ich nicht aber wir wollen ja nur ein aber er ist noch nicht ganz ist noch nicht ganz fertig oder ist er jetzt älter der wurde sich allen der weg hallo du bist eine morübe nein ich will den anderen aber für den habe ich gar nichts schade ok zwei minuten noch bis zum überfall was kann man eigentlich mit dem brunnen machen gar nichts nur der ist für die die liefert irgendwie nur wasser noch also die aktive mal nee das war jetzt wahrscheinlich weil der hier vorgelaufen muss da habe ich mal kurz mit dir sprechen ich gibt ja auch ein kristall jade splitter bitteschön ich habe den jade kristall gegeben aber ja wir haben halt noch nicht genug aber überfall ist in knapp einer minute gucken wir mal was wir hier noch rein tun können was wir so nicht brauchen panzer klebeband denke ich mal werden wir nicht brauchen die sichel denke ich mal ist auch nur zum kohlsamen karottensamen ja das ist jetzt die frage ich kann irgendwas freischalten und zwar nahrung pflanzen pflanzen kann ich freischalten ach das mit der nahrung müssen wir überhaupt noch bauen warte mal nein wir haben doch schon ja ich baue doch gar nichts ich gucke doch nur ja aber das sieht dann immer so und ich weiß ja wie schnell man gedrückt hat na na eigentlich ist es doof dass er zu bauen bevor die jetzt hier ankommen halten pflanzengefäß ah karottensamen kohlsamen wenn du also samen unterwegs gesammelt hast dann kannst du das hier rein machen habe ich schon reingemacht ist voll überfall überfall achtung und ihr spielt hier echt ja komm schnell ja 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 die frage ist ob die immer von einer richtung aus kommen wahrscheinlich habe ich den einen erschossen oder ist hier dran pass auf da ist noch einer nein da hinten kommt noch einer überfall vier steht da jetzt oder sind großer ich bin ausgewichen ich habe ihn erschossen der leuchtestein ich nehme den rechten einer ist noch hier nein das war ein wolf oder das war die belohnungstroh wenn das vorbei ist also ich habe ein ärmeloses hemd bekommen ja hallo ja dem dem korn ist jetzt nicht hier vielleicht kommen raus kleiner nee also ich denke mal erwarte mal du bist grün bleibt verstehen bleibt doch mal stehen boah sag mal wie oft muss ich hier e drücken bzw gedrückt halten nee auch nur stärkung erhalten ich habe doch zum grünen aufgenommen habe ich mit dir denn gerade schon gesprochen ja du darfst gerne fressen hallo bei dir kann ich auch nichts machen also ich kann ein kristall geben zwei stück er braucht noch ein jetzt dieser hier der braucht noch der der aber mit dem habe ich glaube ich eben schon besprochen ja nee den habe ich definitiv nicht bekommen ich rede mal mit der krähe was hat die ja da muss ich auch mit der sprechen diese biester die dich gejagt haben ich erzähle dir mal ein geheimnis über sie sie wurden nicht geboren zumindest nicht im herkömmlichen sinn sie wurden aus leuchtsteinen gezogen man könnte beinahe sagen abgebaut sie sind manifestationen der verkommenen herzen die sie erzeugt haben deshalb findest du ab und zu leuchtsteine in ihnen bricht sie auf und schon siehst du dass sie nur eine große bösartige hülle um einen kleinen zauberstein sind okay was haben wir ja gemacht ich würde eigentlich auch mal direkt sagen wir können ja leider noch niemanden in die volljährigkeit entlassen dass wir hier erstmal einen kleinen cut machen und dass wir den rest dann wieder gemeinsam in der nächsten folge machen bis dann ciao